Wir alle wollen ja den optimalen Funnel haben und den optimalen Funnel gibt es wahrscheinlich nicht, aber es gibt einen sehr optimierten Funnel und über genau dieses Thema wollen wir heute wieder sprechen mit René Czoppe, der Experte ist, was E-Mail-Marketing betrifft, Automation. Ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist, René. Hallo Michael, ich freue mich auch. Unser Hauptthema heute soll sein, dass wir darauf eingehen, wie kann man Leute, die man vermeintlich schon verloren hat, eigentlich wiedergewinnen. Denn meine These ist, dass wir sehr, sehr viele Leute, also wir hoffen, dass die so perfekt durch den Funnel durchgehen, aber wir achten gar nicht darauf, was ist, wenn einer mal wo aussteigt, wie kann ich den wieder zurückholen. Was glaubst du, wie viel Potenzial steckt allgemein in diesen Interessenten drin? Also man muss ja dazu sagen, wir generieren ja Interessenten immer, weil sie einen Bedarf haben oder ein Bedürfnis. Sonst könnten wir sie gar nicht generieren, weil du kannst mal, wenn du mir jetzt etwas anbietest, was mich gar nicht interessiert, würde ich mich niemals irgendwo für eintragen, registrieren oder mit dir ein Gespräch führen. Das heißt, wir können immer davon ausgehen, es gibt einen echten Bedarf und einen Kundenwunsch. Wenn es den nicht gäbe, gäbe es auch keine Eintragung, kein Gespräch. Das heißt, eigentlich ist es verrückt, dass wir anteilig so wenig Menschen konvertieren, weil eigentlich gibt es ja immer einen Bedarf. Das heißt, es gibt immer irgendwelche Dinge, die fehlen, dass jemand konvertiert. Und das sind in der Regel Themen wie Vertrauen. Also glaubt derjenige wirklich, dass ich der Experte bin, dass mein Produkt die Lösung ist, dass meine Firma seriös ist und dass er selber das Produkt anwenden und konsumieren kann. Dass das Vertrauen in sich selbst ist eine Sache, die wir am meisten unterschätzen. Wir müssen also dem Gegenüber das Gefühl auch geben, dass er mit unserer Lösung wirklich arbeiten kann. Dann haben wir natürlich noch andere Themen, die auch noch damit reinzählen. Die Frage auch, wie viele Touchpoints hatten wir schon? Welche Fragen sind gerade offen? Und erkenne ich als Anbieter das Problem des Gegenüber und kann es auch wirklich adressieren? Denn ganz häufig ist es so, dass wir Probleme haben, die wir aber nicht laut aussprechen. Und wir hoffen dann einfach auf eine Lösung und manchmal können wir die nicht mal selber adressieren, die Probleme. Und wenn dort ein Verkäufer nicht gut nachfassen kann, kann er mich nicht abschließen. Lass uns nochmal kurz auf das Vertrauen eingehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir alle haben als Anbieter, glaube ich, schon verstanden, dass man uns vertrauen sollte. Aber das Vertrauen des Kunden in sich selbst. Hast du ein Beispiel? Genau. Also wenn ich jetzt, ich mache das mal plakativ. Stell dir vor, mein Name ist Dr. René Joppe und ich bin seit 25 Jahren in dem Bereich Abnehmen unterwegs auf wissenschaftlicher Ebene. Ja, Vertrauen in die Person. Können wir einen Haken dran machen. Ich habe ein Institut und wir haben in den letzten Jahren über 4000 Menschen erfolgreich geholfen abzunehmen. Können wir eigentlich bei dem Thema Anbieter auch schon einen Haken dran machen. Wir haben eine Abnehmen-Methode, die ist wissenschaftlich bestätigt und führt in 97,2% aller Fälle zu graniosen Ergebnissen, die nachhaltig immer auf der Waage bleiben. Da haben wir am Produkt eigentlich auch schon einen Haken dran. Die Methode besteht daraus, dass du 180 Tage auf Fleisch, Fisch, Getreide, Alkohol verzichtest, immer mindestens 8 Stunden schlafen machst und pro Tag mindestens 30 Minuten aktive Bewegung hast. Jetzt kommt der Punkt, wo Leute sagen, 180 Tage Fleisch, Fisch, Alkohol, immer schlafen, Bewegung, kriege ich nicht hin. Das heißt, sie glauben, dass ich es kann. Sie glauben, dass die Firma, das Institut passt. Sie glauben auch, dass die Diät funktioniert. Sie glauben nur nicht, dass sie die Diät schaffen. Das wäre ein typischer Fall. Genau das Gleiche kannst du natürlich auch mit bestimmten Preiserwartungen machen. Also wenn du jetzt eine bestimmte Luxus-Karosserie beispielsweise hast, dann kann es sein, dass die Menschen die Firma super authentisch finden und soweit alles cool, aber sie glauben nicht, dass sie es sich leisten können. Das heißt in dem Fall mit der Diät, wie könnte ich dafür sorgen, dass jemand sich selbst dann vertraut? Weil das klingt ja in dem Fall schon so nach, naja, also 180 Tage so viel verzichten. Ich würde es mir auch nicht zutrauen wahrscheinlich. Wie kann ich das dann kommunizieren, dass es doch geht? Tatsächlich liegt genau hier der längste Hebel. Denn das, was ich ja mache, ist ein Angebot. Und ein Angebot hat insgesamt auch vier Marker, die das Angebot besonders attraktiv machen oder halt auch nicht besonders attraktiv. Das heißt, ich muss immer überlegen, wie schaffe ich es, dass mein Angebot das höchste Gefühl von Wert vermittelt. Also natürlich will ich immer ein wertvolles Angebot. Das heißt, das Gefühl von Wert, es ist nur ein Gefühl. Der zweite Punkt ist, der erwartete Erfolg. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Erfolg auch wirklich eintreten? Das sind beides Faktoren, die versucht man immer zu steigern. Also ich versuche immer, den wahrgenommenen Wert zu steigern. Und ich versuche auch immer, dieses erwartete Ergebnis zu steigern. Das kann man zum Beispiel sehr gut durch Case Studies, Fallstudien von anderen Kunden aus der Branche, die eine ähnliche Ausgangssituation haben. Und dann gibt es noch zwei Faktoren, die müssen wir reduzieren. Die Zeit bis zum Ergebnis. Also umso schneller, umso besser. Das kann man einfach ganz grundlegend so sagen. Wir alle wollen immer eine schnelle Lösung. Niemand will eine langsame Lösung. Niemand. Niemand will in 180 Tagen vier Kilo abnehmen. Wir wollen aber in vier Tagen vier Kilo abnehmen. Das ist halt der ganz typische Fall. Und der Aufwand, den wir betreiben müssen. Also der Aufwand, der Verzicht oder der persönliche Einsatz. Das alles müssen wir versuchen zu senken. Also Zeit bis zum Ergebnis und den persönlichen Einsatz bis zum Ergebnis. Und so könnte ich jetzt zum Beispiel auch so ein Angebot machen, wo ich jetzt sage, statt 180 Tage könnte ich zum Beispiel 18 Tage draus machen. Man muss natürlich sagen, das muss ja auch im Angebot passen. Das ist jetzt Wunschdenken. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, 18 Tage wäre schon mal deutlich attraktiver. Besser wären acht Tage, wäre noch attraktiver. Und die Frage ist, was muss der Gegenüber machen? Ich kann ja sein, dass ich sage, du musst auf Fleisch, Fisch, Alkohol, von mir aus Getreide, Zucker, alles verzichten. Dann könnte ich es aber dem Kunden extrem viel einfacher machen, wenn ich sage, pass auf, du kriegst einen komplett schlüsselfertigen Ernährungsplan. Und du kannst bei mir als Bundle bestellen ein Ernährungspaket, wo ich dir alles in der richtigen Dosierung fertig zusammen packe. Und du musst es im Prinzip nur noch erwärmen. Jetzt glaubt jeder irgendwie, okay, nur noch erwärmen, ich muss es nur aus der Packung holen, es sind 18 Tage, das könnte ich schaffen. Und so schaffe ich es dann auch an der Stelle, das Vertrauen zu bekommen und mache ein so spannendes Angebot, dass jemand von außen sagt, wow, wenn ich das nicht annehme, wäre ich echt blöd. Also es geht im Kern darum, es dem Kunden leichter zu machen, die Methodik umzusetzen. Genau. Wir alle wollen die Wunderpille. Wir alle. Wir alle wollen immer die Wunderpille. Die Wunderpille heißt in schnellster Zeit das beste Ergebnis und das ganz sicher und ohne Aufwand. Gut. Und dann sind wir übrigens auch bereit, viel Geld zu bezahlen. Ja. Vor allem übrigens Unternehmer sind bereit, viel Geld zu bezahlen, wenn sie Zeit sparen und wenn sie keinen Aufwand haben. Also das ist bei Unternehmern, glaube ich, noch mehr ausgeprägt als bei Privatpersonen, weil die ja ein bisschen mehr aufs Geld dann hin und wieder achten, aber Unternehmer achten viel mehr auf die Zeit. Genau. Was ist, wenn ich das nicht so gut hinbekomme? Wenn ich sage, naja, meine Methodik, die braucht nun mal ein bisschen Aufwand, kann es dann auch helfen, dass ich Kundenbeispiele habe von Leuten, wo man sagt, also wenn der Typ das hinbekommen hat, dann muss ich es ja eigentlich auch schaffen. Also bei den 180 Tagen ist es ein bisschen schwer, aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sagt, man kann 20 Kilo abnehmen in so und so viele Wochen und jetzt ist da so ein Typ, der hat irgendwie 150 Kilo und hat 45 Kilo abgenommen und ich denke, naja, ich will eigentlich mal 20 abnehmen, 10 würden mir schon reichen. Ist das dann eine Möglichkeit, das so hinzubegehen? Ja, schwierig, weil du wirst natürlich, also du musst halt jemanden finden bei dem Thema Case Study und Fallstudie, musst du jemanden finden, wo der Gegenüber, der die Case Study sieht, sich irgendwo erkannt fühlt oder wo der Gegenüber sich besser fühlt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast mit 150 Kilo und du, du bist jetzt schon sehr schlank, das wäre für dich keine Case Study, die für dich relevant ist, weil du wiegst einfach nicht 150 Kilo. Das heißt, du müsstest jemanden finden, der selber sagt, okay, ich war eigentlich schon immer ganz gut sportlich und wollte aber einfach nochmal so die 5 Kilo für den Sommer, die mich einfach stören. Das ist nur ein ästhetisches Ding, ich weiß, ich bin nicht krank, aber die wollte ich abnehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch diese Diät habe ich genau diese 5 Kilo abgenommen, bin von 80 auf 75 gekommen und habe jetzt wirklich mein Traumgewicht an der Stelle. Das wäre für dich höchstwahrscheinlich deutlich relevanter, sodass du dann auch sagst, okay, der passt eigentlich, das ist glaubwürdig und trifft auf meine Situation zu und dann schlage ich zu. Okay, interessant. Also, lass uns nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir bislang besprochen hatten, damit wir es einordnen können in das Ganze, was wir hier besprechen wollten. Du hast gesagt, es braucht eben manchmal, also warum ist die Conversion Rate zu niedrig? Weil Leute eben gewisse Informationen noch brauchen, um sich für einen Kauf zu entscheiden, weil den Bedarf haben wir ja, sonst würden wir uns gar nicht anmelden logischerweise. Jetzt brauche ich eine gewisse Zeit, bis ich all diese Informationen weitergebe. Wenn jetzt jemand in einen Funnel reinkommt, sagen wir mal, jemand hat sich eingetragen für ein Newsletter oder was auch immer, wie viele Leute sind dabei, die tatsächlich sich eintragen und trotzdem die erste E-Mail nicht mehr öffnen und trotzdem das E-Book nicht mehr runterladen? Ja, es kommt natürlich extrem drauf an. Also, die gibt es immer. Tatsächlich, es gibt immer Leute, die bestätigen Double Opt-in nicht und gibt Leute, die laden dann auch das E-Book nicht runter oder öffnen die E-Mail nicht mehr. Man muss sagen, das sind, es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, aber die erste E-Mail kann durchaus eine Öffnungsrate von 80, 85 Prozent haben. Also, dass wenn du wirklich alles richtig machst, dass du halt durchaus 80 Prozent erreichst, witzigerweise natürlich auch 20 Prozent nicht. Und auch gerade bei dem Thema Double Opt-in wirst du auch nicht alle reichen. Das hat allerdings auch ganz einfach technische Gründe. Also, es gibt einmal die Menschen, die vielleicht in dem Moment das nicht konsumieren, aber es gibt auch Tools, wo die erste Double Opt-in-E-Mail, die du versendest, schon im Spam landet. Und dann hast du natürlich einfach verloren. Also, wenn die Reputation von der IP, von der du versendest, so schlecht ist, dass sogar die Double Opt-in, die als transaktionale E-Mail gilt, im Spam landet, dann hast du einfach verloren. Und mit so einem Tool wirst du niemals herausragende Conversions generieren. Okay, verstehe. Das heißt, einmal ist es eine technische Frage. Was ist bei denen, wo es nicht im Spam landet, die es einmal nicht öffnen? Sollte ich ein Follow-up schicken? Ich würde immer ein Follow-up schicken. Klar, macht auch absolut Sinn. Und es heißt übrigens auch nicht, nur weil die die erste E-Mail nicht öffnen, dass die später nicht konvertieren können. Geht schon. Man muss halt nur dranbleiben. Jetzt ist jemand im Funnel drin. Was sollte ich mit den ersten Mails machen, die ich denjenigen schicke? Okay. Das Entscheidende hier ist, dass wir, wenn sich jemand einträgt für einen bestimmten Lead-Magneten, dass wir sofort mit einer Sales-Mail-Serie starten. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie jetzt über 100 Jahre einen Vertrauensaufbau machen. Der Idealzustand ist der, jemand trägt sich ein, bekommt im Anschluss nach der Eintragung einen weiteren Bonus, mit dem er nicht rechnet. So kriege ich diesen Wow-Effekt hin, dass jemand sagt, wow, das ist mehr, als ich erwartet habe. Und dabei fand ich schon das Geschenk ganz gut. Erst der Bonus und dann kommt eine Sales-Mail-Serie und die verkauft idealerweise sofort das Kernprodukt. Wenn ich das Kernprodukt jetzt nicht verkaufen kann ohne Beratung, verkauft die natürlich das Strategiegespräch. Aber ich pitche sofort auf das High-End-Produkt. Das ist etwas, was sich in den letzten Jahren verändert hat, weil es ganz häufig noch so diese Meinung gibt von, naja, es ist ein bisschen früher, würde ich mal sagen. Da war so diese Meinung, naja, du musst erst mal ein ganz kleines Produkt verkaufen und dann das nächstgrößere und dann das nächstgrößere und dann das nächstgrößere und dann kannst du irgendwann mal zu deinem eigentlichen Offer kommen. Das ist mittlerweile völlig überholt. Macht man nicht mehr, sondern mittlerweile fängt man an und versucht direkt das große Produkt zu verkaufen. Und wenn das nicht klappt, lässt man ein bisschen Luft und dann geht man systematisch immer kleiner auf die Produkte, bis man ganz am Ende bei dem kleinsten Produkt ankommt. Das ist tatsächlich was, was vor ein paar Jahren noch ganz anders gelehrt wurde. Das heißt, du beginnst sofort mit einer Sequenz an Sales-Mails, weil ja jemand, der sich einträgt, gerade auch offensichtlich einen Bedarf hat. Sonst hätte er sich ja nicht eingetragen. Also man will ja im Endeffekt nah an dem Zeitpunkt dran sein, wo der Bedarf ist. Wie viele Mails ungefähr sollte man schicken und wie sollten die so in etwa psychologisch aufgebaut sein? Da kann man natürlich nicht in die Tiefe gehen, aber was sollte man alles drin haben? Ich bin ein Fan davon, eine drei- bis fünfteilige Mailserie zu machen. Ich finde weniger nicht ganz ideal, weil wir doch merken, dass wir gerade so ab dem zweiten, dritten Punkt nochmal eine Conversion-Menge mehr bekommen. Bei fünf und mehr bin ich jetzt nicht so der Fan von. Also es gibt auch welche, die sagen sieben und neun Mails. Und ja, du generierst noch den ein oder anderen Verkauf mehr. Du hast aber dann eine drastische Austragungsrate. Die steigt dann dramatisch. Deswegen würde ich bei fünf bis drei durchaus passen. Und das muss natürlich ein bisschen zu dem Typus passen. Wenn ich jetzt sehr stark im Verkauf bin, kann ich fünf machen. Wenn ich sage, okay, wir haben ein sehr seriöses B2B-Umfeld, dann würde ich wahrscheinlich erst mal mit drei starten und dann gucken, ob die vierte noch etwas bringt. Und der Aufbau der E-Mails hat im Prinzip, also idealerweise ist der Gedanke hier ein Fortsetzen von dem Lead-Magneten. Das heißt, in dem Lead-Magneten habe ich ja ein bestimmtes Problem angesprochen. Und meistens spreche ich an dem Lead-Magneten ein kleines spezifisches Problem an, was ich versuche auch sofort zu lösen. Und durch die Lösung des kleinen spezifischen Problems wird das große Problem dahinter überhaupt erst mal klar. Und darauf zielt der Verkauf an. Und in der ersten E-Mail würde ich persönlich immer versuchen, das Ganze über Emotionen anzugehen. Das heißt, die erste E-Mail wirklich ganz stark auf Emotionen. In der zweiten E-Mail würde ich auf Logik gehen. Das heißt, hier versuche ich dann ganz logisch zu begründen, warum macht es Sinn, das so zu tun. Und in der dritten E-Mail gehen wir vor allem mit der Verknappung rein. Verknappung, Zeitdruck oder, also der muss natürlich glaubwürdig und authentisch sein, aber mit irgendeiner Verknappung. Das ist schon mal sehr, sehr spannend. Du holst verschiedene Menschentypen ab. Du holst quasi die ab, die sehr, sehr schnell emotional Entscheidungen treffen. In der zweiten holst du die ab, die sagen, ich will schon plausibel erklärt bekommen. So jemand wäre jetzt wahrscheinlich ich. Und in der dritten holst du die ab, die nur Angst haben, dass sie es nicht mehr kaufen können irgendwann. Die brauchen diesen Punkt auch noch zusätzlich, weil sonst treffen sie keine Entscheidung. Genau. Verknappung grundsätzlich ist etwas, was dem Menschen ganz tief inne liegt. Das ist so ein Urtrieb und der ist so stark und den im Marketing nicht zu nutzen ist einfach Vergeudung. Also er ist so extrem stark, wenn wir ihn authentisch präsentieren können. Und nicht umsonst sind manche Waren auf diesem Planeten einfach teurer als andere. Grundsätzlich hat für jemanden, der keinen Reichtum hat, macht es keinen Unterschied, ob er gerade Platin, Gold, Silber, Blei oder Diamanten in der Hand hat. Nichts davon kann man essen. Von nichts davon kann man sich ernähren. Und in kleinen Mengen kann man aus nichts ein Werkzeug herstellen. Das heißt grundsätzlich hätte es keinen unterschiedlichen Wert, aber brauchen wir jetzt nicht erklären, dass natürlich Diamanten deutlich mehr wert sind als Blei. Und deswegen, und das hat nur damit zu tun, weil es knapper ist. Weil es ein rares Gutes, was wir nicht so einfach nachherstellen können und nicht so einfach finden können. Und das kann auch jeder nachvollziehen, wenn es um zum Beispiel Konzerttickets geht von irgendwelchen Bands, die so schnell ausverkauft sind, dann hat man das Release-Datum eingespeichert und denkt sich, okay, und genau wenn es online geht, dann drücke ich sofort. Also man denkt ja nicht mal mehr aktiv über diese Entscheidung nach, sondern man will nur noch schnell genug sein. Oder mit der Playstation 5, glaube ich, war es auch so. Da gab es viel weniger Angebot als Nachfrage. Das heißt, immer wenn irgendwie wieder so ein neuer Schwung kam, die Leute haben sofort gekauft. Also dieser Verknappungsteil ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, jeder hat sich auch schon mal selbst darin wiedergefunden, dass er was nur gekauft hat, weil es hieß nur noch jetzt oder nur noch so viele. Genau. Oder halt nur noch Preis bis da und dahin oder der Bonus ist nur noch bis da und dahin mit verfügbar. Klassisches Beispiel ist auch Apple, schaffen es jedes Jahr wieder, dass das iPhone nicht immer verfügbar ist, wenn sie es releasen. Und das ist absolut eine Marketing-Taktik. Es liegt ja nicht daran, dass sie es nicht produzieren können. Die wollen einfach bewusst eine Verknappung haben, um das Produkt einfach exklusiv zu halten. Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen jetzt bei der Verknappung. Ich kann einen Bonus mit dazu geben, weil manche sagen jetzt vielleicht an der Stelle, ich kann nichts verknappen. Mein Produkt gibt es, ich habe einen Online-Kurs, es gibt es tausendfach. Was soll ich da verknappen? Aber du hast ja gerade schon ein paar Möglichkeiten angesprochen, wie man es trotzdem hinbekommen kann. Vielleicht magst du ihn nochmal kurz zusammenfassen. Zwei, drei. Also ein Idealpunkt, um jetzt eine Verknappung zu machen mit einem Gut, was eigentlich endlos verfügbar ist, könnte zum Beispiel sein, dass es einen limitierten Rabatt gibt. Ein Preisnachlass, der nach einer bestimmten Zeit endet. Sollte natürlich auch irgendwo eine Begründung dazu geben. Und das kann man immer begründen. Also wenn ich jetzt sage, pass auf, wir haben jetzt irgendwie, du warst gerade bei mir im Webinar und ich biete dir jetzt etwas an. Und das biete ich dir deswegen jetzt zu dem Preis an, weil einmal du hast jetzt schon das ganze Vorwissen. Ich muss also aus dem Webinar, ich muss dir jetzt nicht mehr im Urschleim Dinge erklären. Das heißt, für mich ist es einfacher, mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich will mit den Menschen arbeiten, die wirklich schnell zur Sache kommen, die Ergebnisse liefern. Und das sind die Menschen, die auch sofort entscheiden. Und deswegen gebe ich dir einen Preisnachlass, weil das in meine Traum kommt. So, das wäre jetzt erstmal durchaus eine nachvollziehbare Argumentation. Und ebenfalls ein sehr guter Punkt ist nicht nur, wenn man einen Preisnachlass gibt, sondern wenn man eher, da bin ich mehr Fan von, ein Topping dazu packt. Wenn ich also sage, diese Woche ist mein Online-Kurs plus Bonus 1 plus Bonus 2 verfügbar. Und diese Bonis gibt es nicht einzeln zu kaufen. Die haben einen Wert von XYZ und die packe ich diese Woche mit dazu, weil wir haben jetzt gerade, also Valentinstag oder Ostern oder Webinar-Aktion oder Launch oder keine Ahnung was. Das heißt, ich packe dann eher etwas dazu und mache dadurch das Angebot wertvoller. Jetzt haben wir diese drei oder vielleicht auch fünf, aber sagen wir mal diese drei Mails. Jetzt gibt es Leute, die kaufen nach diesen drei Mails und dann gibt es Leute, die kaufen nicht. Die nicht kaufen. Was bekommen die jetzt in der vierten, fünften, sechsten Mails? Also idealerweise ist es so, dass ich nach dem Sales-Funnel eine kurze Pause mache, um dem Gegenüber nicht das Gefühl zu geben, ich ballere ihn jetzt nur noch zu. Und dann starte ich mit einer ganz komplett anderen E-Mail-Serie. Weil wir müssen ja davon ausgehen, dass die Person, die am Anfang nicht gekauft hat, die hat in der Regel an irgendeiner Stelle das Vertrauen noch nicht. Nicht in mich, nicht in meine Firma, mein Produkt oder in sich selbst, weil das Angebot halt nicht spannend genug ist. Das heißt, ich muss jetzt über einen neuen Problem-Angle reingehen. Ich muss also jetzt ein anderes Problem teasern, als das, was ich zuerst im Verkauf geteasert habe. Ich bin ja davon ausgegangen, die Person holt sich den Lead-Magneten, weil sie ein Problem lösen will und deckt danach ein größeres Problem auf. Scheinbar ist das nicht passiert. Das heißt, ich fange jetzt an und zu überlegen, was sind denn die anderen Probleme, die meine Zielkunden einfach noch nicht lösen. Das könnte jetzt in einem Fall sein, dass ich zum Beispiel sage, okay, grundsätzlich wollten die mehr Kunden haben, aber dann könnte ich jetzt mal über den Angle Sichtbarkeit gehen, über den Angle Expertenstatus reden, über den Angle gehen Sicherheit durch größeres Grundrauschen im Unternehmen. Oder, oder, oder. Das heißt, ich fange immer wieder mit einem anderen Problem-Angle an und dann würde ich persönlich eine dreiteilige Mail-Serie machen. Dafür haben wir ja auch ein spezielles Format entwickelt, wo wir auch immer wieder das Problem angehen und wir gehen immer zuerst das äußere Problem an. Also das ist das, was man leicht adressieren kann, was man jemandem quasi auf den Kopf zusagen kann und adressieren in der nächsten E-Mail das innere Problem, was eigentlich dahinter liegt. Weil wenn ich jetzt sage, warum will ich einen Expertenstatus haben? Also das Problem ist, ich werde nicht als Experte wahrgenommen. Und das zweite Problem dahinter ist ja ein anderes. Das könnte etwas sein mit dem Gefühl von Selbstwert, mit dem Gefühl von, ich glaube, die Menschen vertrauen mir nicht und so weiter und so fort. Und das würde ich in der zweiten Mail adressieren und wenn ich merke, die Menschen reagieren auf die erste und zweite E-Mail, dann schicke ich die dritte Verkaufs-Conversion-E-Mail hinterher, wo ich dann ganz klar sage, pass auf, das Problem kann ich lösen. Schau mal, ich bin der beste Anbieter im Markt, das sagen auch meine Kunden, Call to Action. Das lasse ich im Prinzip jeden Monat ein- bis zweimal durchlaufen und das mache ich so lange, bis alle konvertieren. Okay, das heißt, du hast ja deine Zielgruppe und du weißt, also nochmal, die gehen in den Funnel rein wegen einem spezifischen Problem. Jetzt kaufen die nicht nach diesen drei Mails. Und dann sagst du, okay, vielleicht, es kann ja nur an zwei Sachen liegen, entweder Vertrauen, du hast ja aufgezählt, was es da gibt, oder aber der Bedarf hat auch nicht groß genug. Sie haben sich vielleicht irgendwie, am Abend haben sie sich eingetragen, weil sie da kurzfristig mal im Spiegel gesehen haben, oh, ich habe doch irgendwie ein bisschen zu viel und am nächsten Morgen machen sie die Mail auf, denken sich, ja, komm, so schlimm ist es nicht. So, und jetzt kann es aber sein, dass sie aber Bedarf für etwas anderes haben, was sogar vielleicht noch stärker ist. Jetzt versuchst du also rauszufinden, oder beziehungsweise du weißt ja, welche Probleme die Zielgruppe noch hat, was kann ich sonst noch adressieren, was vielleicht stärker sein könnte. Und das testest du so lange, bis einer sagt, ja, das ist es. Genau, es muss übrigens nicht mal ein anderes Produkt sein. Das Thema, um jetzt bei dem Abnehmen zu beiden, sagen, es kann natürlich sein, dass du sagst, ja, ich habe ein bisschen zu viel, aber ach, jetzt eine Diät machen und so weiter, okay, ist jetzt nicht so stark. Und jetzt würde ich zum Beispiel in der nächsten E-Mail mit dem Thema Herzinfarktrisiko mal starten. Sagen, okay, weißt du, falls du eine Familie hast, ich weiß nicht, wie lange hast du vor zu leben, aber wusstest du, dass der durchschnittliche Mensch, der übergewichtig ist, so und so viele Jahre weniger lebt? Da gibt es ja genügend Statistiken und Studien zu. Sagen, okay, wenn du also langfristig was von deiner Familie haben willst und die auch von dir haben soll, solltest du vielleicht darüber nachdenken, dein Gewicht doch runterzuholen. Das können wir übrigens perfekt mit unserer Diät machen. Ist es, also in dem Fall ist es ja so, dass du auf ein Problem aufmerksam machst, was der noch gar nicht im Kopf hatte. Also kann man... Vielleicht, ne? Also der hat vielleicht nur gesagt, ich möchte eigentlich nur ein paar Kilo weniger haben, ich möchte am Strand besser aussehen. Jetzt kommst du mit etwas, was vielleicht emotional noch stärker ist. Du stirbst früh, deine Kinder wachsen ohne Vater auf oder so. Das ist ja noch viel, viel schmerzhafter. Inwiefern kann man im Marketing aus deiner Sicht einen Bedarf schaffen versus er muss schon da sein? Vielleicht kann man auf dieses Thema noch ein bisschen eingehen. Ich glaube, dass wir grundsätzlich, wir können im Marketing sehr gut diesen ersten Keim setzen und diesen Keim dann zu gießen und dafür zu sorgen, dass der aufgeht, über geistige Brandstiftung, das ist ein super Weg. Und ich glaube, dass wir ganz viel Bedarf wecken können, wenn wir es richtig machen. Weil grundsätzlich haben wir Menschen, wir haben natürlich alle ein paar Grundbedürfnisse, die sind bei jedem gleich, aber wir können jemanden, wir können grundsätzlich Menschen von ganz vielen Themen überzeugen, wenn wir es richtig machen und den Knopf treffen bei dem Gegenüber. Das ist die Kunst. Ist dann trotzdem der allererste Kontakt immer etwas, wo der andere schon einen Bedarf hat? Weil sonst hat er ja auch keine Motivation, uns überhaupt zuzuhören. Immer. Der erste Kontakt beim ersten Kontakt ist immer ein Bedarf da. Anders geht es nicht. Okay. Das heißt, wenn ich etwas habe, was eigentlich schmerzhafter ist, muss ich trotzdem erst mit dem arbeiten, wo der andere bereits ein Symptom verspürt oder das Problem bereits erkennt. Und wenn ich es nur nutze, damit er mir bei dem anderen zuhört. Genau. Das heißt, wir haben der erste Kontakt, es gibt immer einen Bedarf, das ist zwingend. Und wenn ich im ersten Punkt nicht sofort die Conversion hinbekomme, dann ändere ich einfach den Angle. Und den ändere ich immer wieder und immer wieder, bis ich halt irgendwo diesen Knopf treffe, den der Gegenüber gerade wirklich merkt und dann sagt, wow, jetzt höre ich wieder zu, weil jetzt finde ich es gerade echt spannend. Okay, das ist sehr, sehr interessant, was du da erzählst. Das bedeutet ja auch, eine E-Mail-Sequenz darf die aufhören im Endeffekt. Oder sagst du ab, keine Ahnung, 40 Mails, okay, mit dem macht es keinen Sinn. Also das ist eine naive Frage, wirst du wahrscheinlich nicht machen, aber vielleicht als Aufklärung für die Zuschauer hier. Ja, vom Prinzip her, also es ist schon so, es ist verrückt, weil wir sehen es auch nicht nur bei uns, sondern wir sehen es auch bei Kunden, wir kriegen Conversions auch jetzt, die sind sechs, sieben Jahre lang an unserem Verteiler. Das heißt, sie sind seit sieben Jahren da und die haben erheblich mehr als 40 und auch mehr als 400 E-Mails bekommen in der Zeit und trotzdem konnten sie sich nicht entscheiden. Aber wir waren in dem Zeitpunkt auf jeden Fall als Experte gesetzt. Das heißt, die Person hat sich abgespeichert, wenn ich das Thema mal habe, dann mit denen. Und irgendwann kommt das Thema dann, weil sie vielleicht die Firma gewechselt haben, jetzt sind sie auf einmal Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen und dann holen sie uns dazu oder auch ihre wirtschaftliche Situation als Inhaber hat sich verändert. Jetzt gibt es auf einmal mehr Möglichkeiten, mehr Freiräume oder der Markt hat sich verändert und jetzt muss ich, was ich vorher vielleicht nicht musste. Und dann sind wir gesetzt als Experte und dann kommen die Leute auf uns zu und sagen Sachen mit, ja, in den letzten zwei Monaten hat sich bei euch die Botschaft ein bisschen verändert. Dann denke ich, wow, die hören aber wirklich sehr genau zu und wissen ganz genau, was sich gerade verändert hat. Also so genau hätte ich es vielleicht nicht mal selber sagen können, aber es stimmt dann. Und da merkst du die, also jede E-Mail hat einen Impact. Jede E-Mail und auch alles, was wir machen, hat einen Impact. Wir dürfen das nie unterschätzen. Deswegen ist es so wichtig, halt auch keinen Quatsch zu machen. Also jetzt nicht anzufangen, irgendwelche Themen zu promoten, die jemand anders gehören oder die einfach gar nicht zu mir passen oder mal so einen Test zu machen. Also man muss das ernst nehmen. Lass uns noch über das Thema mentale Verfügbarkeit sprechen. Es wird so unterschätzt. Es ist immer wieder das Gleiche. Ich merke selbst, die Leute wollen massenweise Reichweite haben, weil sie glauben, die Reichweite ist das Nonplusultra. Aber die Reichweite ist nicht das Nonplusultra, aus meiner Sicht. Die mentale Verfügbarkeit, das ist eigentlich das A und O. Du hast ja gerade das beste Beispiel geliefert. Da ist jemand sieben Jahre im E-Mail-Verteiler und nach sieben Jahren kauft er auf einmal. Wie siehst du dieses Thema mentale Verfügbarkeit versus ich will immer nur Klicks, neue Leute und Reichweite haben? Ich glaube, also von Reichweite kannst du deine Mitarbeiter nicht bezahlen. Punkt. Also ich habe noch nie einen Mitarbeiter erlebt, den du sagen kannst am Monatsende, du pass auf, für diesen Monat muss ich dir sagen, wir haben jetzt wirklich 70.000 Menschen mehr erreicht als im letzten Monat und das müsste dich doch jetzt freuen und damit ist das deine Entlohnung. Wird nicht funktionieren. Im Endeffekt zahlt ja immer der Kunde, der irgendwo einen Auftrag gibt, zahlt die Rechnung für alle anderen. Das heißt, Reichweite alleine nützt überhaupt nichts, sondern ich brauche die Reichweite bei der richtigen Zielgruppe und dann muss es auch nicht die Masse sein. Ich muss also mit der Botschaft genau diese Nische treffen zwischen ich bin in der richtigen Zielgruppe und ich adressiere ein Problem und komme jetzt wirklich zu einem Angebot, was der Gegenüber echt attraktiv findet. Und dann macht das ganze Marketing-Thema auch Spaß, weil dann kriege ich nämlich Anfragen, Aufträge und dann kann ich auch meine Mitarbeiter zahlen. Und nochmal, um auch nochmal auf dieses Thema einzugehen, ständig sichtbar zu sein bei den Leuten, die mich schon mal entdeckt haben, das kann man mit E-Mails mit am besten herstellen aus meiner Sicht. Genau, es gibt nur wenige Methoden, mit denen das möglich ist, aber diese mentale Verfügbarkeit, dieses ich bin bei dem Gegenüber immer präsent, ist fast unbezahlbar. Es ist erstens viel, viel günstiger, als immer wieder neue Interessenten zu adressieren und es ist auch ein Stück weit einfacher, weil ich habe ja immer einen Vertrauensvorsprung. Das kann ich machen über E-Mail-Marketing, über WhatsApp-Marketing, sowas kann ich natürlich auch sehr gut über Reels machen, über alle Plattformen Social Media und schaffe es so, Retargeting wäre auch noch so eine Möglichkeit, und schaffe es so, dass derjenige, der einmal irgendwo ein Bedürfnis bei mir hatte, weswegen er mich erkennt, mich immer wieder sieht und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein Steinmetz, der an so einem großen Stein haut und der haut und haut und haut und du siehst den ersten Schlag und den zweiten und vielleicht auch den hundertsten Schlag, aber auf einmal beim hundertersten Schlag zerspringt etwas und es bleibt eine wunderschöne Figur von Michelangelo übrig. Und das ist genau dieser Prozess, den wir bei manchen Interessenten haben. Wir müssen halt wirklich immer wieder mit dem Hammer vorsichtig meißeln, immer wieder eine Botschaft platzieren und die mentale Verfügbarkeit sorgt dafür, dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, wo der Gegenüber sagt, okay, jetzt hast du mich. Ja, ich vergleiche das immer mit einer Imbissbude. Wenn deine Imbissbude länger offen hat am Tag und es riecht raus, dann erwischst du immer auch dann die Leute, wenn sie Hunger haben. Und die meisten von uns, die meinen dann, sie müssen einmal ein riesen Feuer machen, dass so in 20 Minuten mal alle riechen, dass es da Burger gibt, aber vielleicht haben in den 20 Minuten gerade nur fünf Leute Hunger und dann schließen sie die Imbissbude wieder und sagen, ja, das mit dem Burger braten, das funktioniert ja gar nicht. Aber du musst halt einfach den ganzen Tag, du musst doch nicht mal das riesen Feuer machen, sondern du musst nur so ein Feuer machen, dass jemand, der vorbeikommt, das riecht. Und wenn er dann Hunger hat, geht er rein und das ist viel, viel wertvoller als diese Reichweitefahne in meinen Augen. Und E-Mail-Marketing ist wahrscheinlich sogar das beste Tool überhaupt, um diese mentale Verfügbarkeit herzustellen. Lass uns vielleicht auch über Mindset ganz kurz dann sprechen, als Abschluss das Thema. Das Thema Geduld als Unternehmer. Auch da sehe ich nämlich, alle wollen auf Knopfdruck, ja, ich will auf Knopfdruck, Follower und Abonnenten und Umsatz und so weiter, weil wir immer das Gefühl haben, die anderen machen das auch, aber die anderen haben ja auch durch die mentale Verfügbarkeit ihren Umsatz und ihre Reichweite letztendlich bekommen. Wie wichtig ist das Thema Geduld? Und vielleicht sollte man auch mal aufklären, wie lange es einfach dauert, bis jemand im Schnitt konvertiert. Wir alle wollen die Wunderpille. Schnellreich, über Nacht, mehr Umsatz, sechsstellig, siebenstellig in drei Monaten. Das klingt immer super und genau das ist es. Es ist die Wunderpille, die wir halt alle haben wollen, aber sie funktioniert für die aller, aller, allerwenigsten. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, für die, für die es funktioniert, gibt es immer eine Geschichte dahinter. Immer. Ich habe noch nie einen Unternehmer kennengelernt, der seinen ersten Monat als Unternehmer hat und dann so durchstartet. Meistens ist es so, dass die, die sofort durchstarten, die hatten vorher mal ein Unternehmen, was sie irgendwie drei oder vier Jahre lang geführt haben, haben sich mit dem Thema Coaching beschäftigt, mit dem Thema Verkauf beschäftigt, mit dem Thema Marketingpsychologie beschäftigt, haben irgendwas studiert, machen dann ein neues Unternehmen auf mit diesen ganzen Learnings und gehen dann durch die Decke. Dann muss man aber sagen, stimmt das über Nacht auch nicht ganz, sondern es gab halt einfach eine jahrelange Historie voller Schmerzen, voller Niederlagen, voller Dinge, die die Person eingesteckt hat, die wir heute nicht mehr sehen. Man guckt dann von außen drauf und sagt, wow, innerhalb von den ersten sechs Monaten auf siebenstellig gegangen. Der Wahnsinn. Ja, es stimmt aber halt nicht. Stimmt, würde halt wirklich zu sagen, okay, du hast einfach sechs oder sieben Jahre lang hart studiert, wirklich Säcke von Salz gefressen und dann war die Lernkurve am Ende relativ schnell. Ja, und das ist halt so genau der Punkt. Aber es verkauft sich noch schlecht in der Story, wenn ich sage, du, pass auf, ich habe jetzt sechs Jahre lang Unternehmertum hinter mir und jetzt habe ich in den letzten Monaten richtig Umsatz gemacht. Das klingt nicht so geil. Deswegen wird das meistens nicht so erzählt, aber es ist eigentlich immer die Basis. Ich finde, man kann das sehr gut vergleichen mit einem Tennisspieler. Also wenn du jetzt nimmst hier Alcaraz, der jetzt irgendwie der beste Tennisspieler vielleicht aktuell ist, mit, weiß ich nicht, 20 Jahren, ersten wümbelnden Titel, dann sagen auch alle, mein Gott, Wahnsinn, so in seiner ersten Saison. Der hat davor schon 16 Jahre Tennis gespielt. Der hat wahrscheinlich mit drei Jahren angefangen, Schläger zu halten. Und dann gewinnt er immer noch jung, logischerweise seinen ersten Titel. Aber auch das ist ja nicht über Nacht passiert. Der war auf einmal da und hat gewonnen. Der hat 16 Jahre jeden Tag studiert. Ich glaube, Frank Sinatra haben sie auch mal gesagt, mein Gott, sie sind ja über Nacht berühmt geworden. Und dann hat er geantwortet, genau, aber für diese Nacht habe ich 20 Jahre gearbeitet oder so in der Richtung. Das ist, glaube ich, wirklich was, das muss man verstehen, weil sonst sind Leute manchmal enttäuscht von gewissen Marketingaktivitäten, weil sie meinen, bei den anderen geht es auf Knopfdruck. Es geht nicht auf Knopfdruck, aber es gibt keine vernünftige Alternative zu Geduld als Unternehmer. Gibt es einfach nicht. Und ja, da muss man wahrscheinlich als Unternehmer dann auch diese Geduld ein bisschen mehr lernen, aus meiner Sicht zumindest. Ja, und wir brauchen als Unternehmer, müssen wir dieses Mindset aufbauen, was eigentlich ein Kleinkind hat. Also ein Kleinkind ist ja nicht so, dass es aufsteht und versucht, die ersten Schritte zu machen, hinfällt und sagt, nee, Entschuldigung, also ich habe es wirklich alles gegeben, aber ich versuche das jetzt mit dem Laufen nicht mehr. Das hat gerade echt gar nicht funktioniert. Ein Kleinkind, in dem Moment, wo es hinfällt, steht sofort wieder auf und versucht es erneut und fällt wieder hin und steht wieder auf. Und die guten Unternehmer haben das Mindset, es ganz genauso zu machen. Natürlich haben wir als Unternehmer alle schon mal Geld in den Sand gesetzt. Alle. Zwingend, geht gar nicht anders. Wir alle haben schon mal Marketing- und Vertriebsaktivitäten gemacht, die Zero gebracht haben. Aber dann zu sagen, okay, jetzt habe ich es versucht und jetzt höre ich auf damit, ist ja Bullshit. Sondern wir müssen halt einfach dieses Mindset beibehalten. Es darf eine Weile dauern und ganz ehrlich, guck mal, wir sind auch beide jung. Wir haben halt noch 20, 30 Jahre vor uns. Vielleicht sogar noch mehr. Das heißt, wenn wir es jetzt nicht sofort haben, hey, so what? Wir haben Zeit. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Wir müssen also das Mindset haben, geduldig zu sein und auch diesen Marathon zu laufen und vielleicht auch den Weg ein Stück weit zu genießen. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde noch eins hinzufügen bei den Marketing-Aktivitäten, die null gebracht haben. Vielleicht haben wir sie nur zu kurz gemacht. Wer weiß. Wie wäre es in vielleicht sechs Monaten später gewesen. Aber wir wollen es dabei für heute belasten. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insight-Tipps, die du uns da bringst. und ich freue mich sehr, unser nächstes Gespräch redet. Ich mich auch, Michael. Bis dann. Ciao. Automatisierung. Oh, 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 oh. Alles geht wie von allein. Oh, 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 oh. Marketing-Magie. Oh, 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 oh. Mit Automatisierung. So fein.